hi leute was geht ab willkommen zu einem neuen video heute mal was anderes denn ich habe was erwartet und ich werde seltener kommentare beantworten und vielleicht nur einmal in der woche werde ich kommentare beantworten ein kommentar das einmal in der woche schreibt wenn ich beantworten ein kommentar soll dass ein cooles kommentar ist oder ein kommentar wo ich ziemlich überrascht bin ja das war nur so als eine kleine info also ich werde seltener kommentare beantworten ich gehe gleich in den puller sind dass die aufnahme kommt um 22 21 uhr online also ja ich wünsche euch noch einen schönen tag also bis zum nächsten mal habe noch einen schönen tag und hab noch viel spaß und adios amigos